Hallo meine Lieben, ich bin volle Flo hier und wir kommen zu einer neuen Folge vom PokéMMO, heute wieder dabei der Tallybüll. Hallo. Hi. Wo ist mein Tiername? Tallybüll, der alte Haare. Oh geil. Wenn dann der böse alte Hase, ne? Ja. Okay. Ne, ja, in der letzten Folge haben wir trainiert, ein paar Trainer, ein paar Trainer K.O. gemacht und jetzt geht's weiter. Wohl eher haben die mal ein Pikachu K.O. gemacht. Ja, da fährt jemand mit dem Motorrad. Ja, das ist der, der mich überfahren wollte. Ja, der hat mich jetzt auch... Überfahren? Ja. Ja. Wie seh ich aus? Von Biker Camillo. Ich bin schon beim nächsten Biker. Das ist ja okay. Oh Pikachu! Oh, jetzt ist Pikachu wieder vergiftet. Ja, ich kenn das, das ist echt scheiße. Boah Pikachu. Aber was will man machen? Ich geh dich jetzt nicht extra heilen, jetzt hast du Pech gehabt. Musst warten, bis wir in der nächsten Stadt sind. Genau. Oh nein, Mirabla, du solltest doch nicht sterben. Ah ja. Dann kommt halt der Geowatz. 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 Ach komm! Geowatz. Jetzt ist Tauboga auch noch vergiftet. Und dann hat man eh schon verkackt. Ey, der vergiftet hier alles von mir. Was hat er denn da für Pokémon, dass er immer vergiftet? Smogon und Slimer. Slimer kann vergiften? Mhm. Aha. Löse. Das ist jetzt die letzte Entwicklung, ne? Von Kleinstein? Mhm. Will da jemand kämpfen? Ach, der Motorradfahrer. Hallo, willst du mit mir kämpfen? Dann gehe ich halt noch mal ins Pokémon Center. Ja, es hat ja Zeit. Ich kämpfe immer nach halber Stunde. Dafür freue ich mich auf Evoli. Oh ja? Dann kann ich mir endlich ein Wasser Pokémon holen. Und ich hole mir dann Feuer Pokémon. Ich mache aus Evoli, mache ich mir Aquana. Ich mache mir... ...Ukarana. Ihr vergessen wir. Wie heißt noch mal das Feuer, Dings? Lisa. Was? Lisa. Verarsch mich nicht. Jetzt sag mal wirklich. Die flammende Lisa. Flammende Lisa. Flammara. Ach ja, Flammara. Meinte ich ja. Wusste ich doch. So, komm, mach mal Karate-Kick da. Aber warum stirbst du? Karate-Kick. Du, du hast mal Rollo? Ja. Ey, du fängst auch wirklich alles, oder? Ja, ich habe doch... Das war aber schon in der davor, 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 die Folge. Klar, fang ich alles. Was denkst du? Ich will meinen Pokédex voll haben. Ja, so eine bin ich. Lache mich ruhig aus. Ist doch vollkommen okay. Der Biker-Karsten ist sechs, 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 smock und eins. Ach, komm, was ist so... Oh nein. Oh ja. Üft, üft ist nicht. Komm, Sherlock, dann mach du den letzten Schritt. Ja, was denn, Sherlock ist mit einem Schlag, macht der alle fertig, egal. Oh nein, Sherlock ist vergiftet. Komm, blubber mal. Blubber mal ein bisschen. Ist dein Sherlock weiblich? Nein. Okay. Ach, warte. Ach, nee, doch nicht. Ich habe falsch geguckt, aber es ist trotzdem wendig. Ich glaube, du weißt, was ich ansprechen wollte. Ja. Ich weiß. Ich bin nur nicht näher darauf eingegangen, dass wir jetzt wieder eine 18-Folge. Ist okay, passt. Fahre ich mal wieder zum Center, weil alle meine Pokémon vergiftet sind. Findest du dich gerade wahrscheinlich wieder schon längst fertig, ne? Ich habe noch einen Trainer und dann kampe ich in der nächsten Stadt. Jetzt muss ich noch mal gegen so einen Opa kämpfen. Opis. Der Opa, Balthasar. Balthasar. In diesem Abend auslachst. Ich lache dich nicht aus. Ich lache nicht mal in die Häuser rein. Was passiert denn hier? In meine Häuser rein geht. Ich lache dich nicht aus. Oh, da war es schön. Tragosso, hallo. Woher hast du Tragosso? Nein, nein, ich habe mit ihm gesprochen in meinem Haus. Ach so. Den habe ich jetzt nicht. Pikachu versucht Sternschauer. Ich habe mit so einem Opa gesprochen. Er sagte, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ich so, nein. Nein, danke. Ich habe gar keine Spitznamen. Oh, was? Wie, das Mädchen kommt noch. Ich dachte, ich hätte das besiegt. Da müssen wir wahrscheinlich überlegen. Oh, Pikachu hat gerade zwei Attacken auf einmal gelernt. Oh, wow. Hast du auch beide übernommen? Ja, einmal Sternschauer für Ruckzuckheb und einmal Funkensprung für Donnerschock. So, Pikachu, jetzt enttäusche ich mich aber nicht mehr. Bitte. Ich dachte, wir sind Freunde. Oh, Mirabla. Zeig mal, wie süß du bist. Ich schiebe hier Waffe. Oh, ich bin so durstig. Hals doppelt. Durchgang ist gesperrt. Okay. Wo bist denn du? Ja, ich... Auf dem Weg dahin habe ich vergessen, wen mitzunehmen. Da habe ich jetzt einen Trainer irgendwie... Bringt ja mal gar nichts. Ja, dann warte ich auf dich. Ja, wechseln wir mal. War noch so 100 Jahre. Ist okay. Gut. Du darfst. Du kannst eh nichts dagegen tun. Doch, ich kann einfach weitergehen. Das stimmt. Okay. Aber so eine bin ich ja nicht. Kommt ja eigentlich auf so eine geile Musik. Kommt ja eigentlich auf so eine geile Musik. Ich finde die so chillig. Du müsstest mich mal sehen gerade. Das sehe ich in deiner Aufnahme dann. Scheiße, stimmt. Okay, wir haben das, wenn wir sind. Tschuldigung. Äh? Oh Mann. Ja, komm. Mach Hollo, komm. Mach mal Pipi fertig. Mach mal Pipi fertig, mach Hollo. Oh Gott. Oh Gott. Komm, mach mal hier einen Geraten-Schlag. Oh nein, Mach Hollo dort. Ich habe gleich gesehen, dass er das ganze Leben hat. Mach Hollo dort. Mach Hollo's doof. Wie mein Pikachu. Ja. Hallo. Paumato. Ich will dich ein bisschen trainieren, aber du stirbst ja immer direkt. Komm. Nein. Das ist immer etwas geleistet heute. 10% abgezogen, wenn überhaupt. Schon. So, Schillock, mach wieder den Rest. I wait for you. So. Blubber. Blubber und Schillock schon wieder. Ja, und es hat... Doch, hat schon was gebracht, aber... Blubber. Oh nein, er lacht schon wieder. Na. So, jetzt bekommen wir wenigstens alle ein paar Punkte. Wäre ja schlecht, wenn Blubber nichts bringen würde. So, ich fahre jetzt weg mit dem Fahrrad. Tschüss. Und wo ist jetzt hier der letzte? Da oben. Die beiden noch. Hast du noch gar nicht. Hä? Nein. Ich hab doch gesagt, er ist gar noch wurscht. Ohren. Okay, ich bin in der nächsten Stadt. Okay. Du musst nur durch das Haus und dann... Ich mach jetzt auch mit Schillock, dann geht der sofort kaputt. Bei dem Opa kannst Pikachu trainieren, weil der hat Elektro... Äh, was so? Pokémon. Ich hab kein Pikachu dabei, ne? Okay. War's okay. Hab ich bei... Hab ich nicht? Na, guck, wie ich's wusste. Aber ich hab, ähm... Ne, Magnetino hab ich auch nicht mehr. Naja, dann lässt du halt Schillock wieder blubbern. Vielleicht schau ich jetzt mit Schillock, weil... Weil der so stark ist. Ja, dann lässt du halt nur mit blubbern. Muss er noch mal ein bisschen... Dann willst du noch mal ein bisschen blubbern. Das ist geil. So, ich bin jetzt in der nächsten Stadt. Soll ich mit Evoli auf dich warten, oder willst du mit? Soll ich fertig... Du, 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 du... Sag mal... zu trinken dabei haben weil der ist ein wächter und so wir ja wir sind allmächtig gebraucht nichts zum trinken wir sind auch gerade das ist ein schädel schädel müssen extrem starke attacke aber du kriegst halt rückschaden unter eins wird die verteidigung angegriffen steht eine dann kriegst du gar keinen schaden das ist dann was anderes aber schädelwurm ist eine super attacke macht das jetzt einfach mal so viele wasserdinger mal gucken ob das was bringt ich bin vergiftet bin tot ok komm wir haben noch den geowatz so dann gucken wir mal wo krieg ich vielleicht vielleicht machen wir noch ein bisschen glücksspiel ich gehe glücksspiel machen bist du da bist ja wo gibt es den blöden münzkorb den brauchen wir doch münzkorb er damit ich münzen sammeln kann ich glaube den gab es hier oder nee hier gab es nicht oh mein gott schillock was geil hat sich entwickelt ja cool zu tour talk mega und der hat sich auch noch tod entwickelt bombastisch tot entwickelt stell dir vor mein glutexo braucht nur ein bisschen glückwunsch zu deinem tour talk danke bitte freue mich sehr warte mal hier kriegen wir doch münzen geschenkt oder weiß ich nicht ja ich weiß es auch nicht deswegen rede ich hier gerade ja zehn münzen geschenkt bekommen ich habe gerade ein bisschen arschkarte ich glaube ich werde sterben muss ich den letzten trainer da besiegen musst du nicht kannst du komm dann machen wir fliehen so ich gehe einmal kurz du das ich bin in der spielhalle falls mich so kann ich fliehen aber okay ich werde jetzt eh den sterben so jetzt haben wir ein paar münzen jetzt können wir den einarmigen bandit spielen oh geil scheiße wie funktioniert das vielleicht weiß ich nicht mehr ich habe auf dem pc gespielt hä wie geht es jetzt ah ah so okay ich starte wieder beim dings komm jetzt ja oh komm 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 oh nichts gewonnen schon wieder nix der automat zieht mich ab oh das gibt es nicht der automat zieht mich ab oh ja komm 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 warte mal nach dem r kommt es okay ach komm also wenn ihr jetzt das gesehen habt der automat ist doch manipuliert der ist echt manipuliert wahrscheinlich voll davor hallo oh geil ich habe sechs münzen gewonnen und vierzehn und vierzehn äh vierundzwanzig ausgegeben okay wo ist jetzt den wo kriege ich den jetzt geschenkt warte ich komme gleich aus der spielhalle raus du kannst mich auch in der spielhalle abholen wo ist die spielhalle wo soll ich wissen wie die ist eh kaum und ich bitte ab wo bist du vor dem ausgang ach so ich bin schon in der stadt hier hallo 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 voll ausgerastet hier hier hoch komm komm mit ja schnell wo bist du hehehe hä hehehe was auf einmal weg geht's komm wo bist du hehehe hallo ja hier ne ich seh dich nicht hinterm pokémon center hinterm pokémon komm hier hier hehehe ach da hallo komm ach so die schleichen hier ich tu dich jetzt entführen äh ich geh immer runter und hoch ist das normal ja ich weiß nicht grad ich weiß grad nicht wo ich bin immer nach oben gehen ach so ok hehehe das hab ich grad voll verwirrt selivel erhält ein evoli du musst an den pokeball da hinten gehen ok level 25 das ist gut sehr schön ich hab ein evoli ok du hast dein team wahrscheinlich voll und kannst es nicht aufnehmen hör auf hab ich recht hehehe 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 ne ich hab das in der übertragen ok ach ein glück ok hattest du schon angst ach ich hab mich schon oh nein ne 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 hehehe 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 so ich geh mir kurz nen Wasserstein kaufen dann mach ich mir nen Aquana draus was wie nen Wasserstein und was mach ich du kannst mitkommen und dir nen Dorn äh 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 feuerstein holen magst du doch auch nicht hallo du dich hier so auskennst ey ich würd voll ich hab das ich hab das ich hab das ich hab das hä was ist denn jetzt hier kaputt komm 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 jetzt ja ich weiß bloß nicht mehr in welchem Stock es die gibt ich bin jetzt mal in dem dritten Stock was ich jetzt im dritten Stock bin ich welcher ja Donnerstein äh Wasserstein dritter Stock kostet 5000 ja ich bin im zweiten und woher sollst du woher ja und ich woher krieg ich denn ja du musst ein drittes Stock bin ich ja hier da wo ich grad steh und so haha ich bin auch mal kurz erholen da kann ich dir behörflich sein ja dann kriegst du ein Feuerstein ein Feuerstein ein Feuerstein ein Wasserstein hab ich ein Mondstein Wasserstein benutzen Evoli 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 hat Schaden von was der hat doch gar nicht gekämpft hm auch benutzt egal Evoli entwickelt sich kann ich jetzt eh noch nicht machen muss ich mein Dings nachher abholen ok ok dann schau mal wieder zurück ich hab ein Aquana juhu so Aquana dir bring ich jetzt noch schnell eine Wasserattacke bei weil du kannst ja noch keine Aquavelle ein Biss das lassen wir dir mal bezirzt machen wir das weg so ich geh eben schnell zum Center damit ich mein Aquana äh mein mein Evoli entwickeln kann ich hab ein Aquana juhu jetzt hab ich noch ein Slot frei in meinem Team und da kommt wer ganz besonderes ja ein Geist Geist? ja was für ein Geist? ein Geist aus dem Pokémon Friedhof uuuu oder soll ich den Blatt Evoli ne ich bin jetzt ruhig oder soll ich den Platz wisst pssst 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 Lamaa haaaaaa so aah ppppppppm yeah wie cool so so pass auf was guck mal Wer mir hinterher läuft Oh Schön Guck mal wer mir hinterher läuft Hallo sagst du was interessantes Quapots Quapots Quapo Entschuldigung Ja Ich hab ein Aquana Wir müssen jetzt in die Spielhalle da rein Ich fall mal bald vor Ich darf nie den Eingang Und zwar müssen wir mit dem Mann am Poster reden Den Mann am Poster Der böse Mann am Poster Irgendwie kann ich nicht mit dem reden Hallo Aha jetzt Oh nein Und das wird im Kern von Die Rocket Ja Wir können Falle Pikachu entwickeln lassen Wir müssen nur einen Donnerstein kaufen Ja Donnerstein Okay Machen wir So Flamara Zeig was du kannst Aber Pikachu lernt Attacken schneller als Raichu Okay Du wirst mich nie finden Oh nein Hast du dich versteckt Ich bin ganz in deiner Nähe Okay Ich bin hinter dir Und jetzt bin ich weg Jetzt bin ich wieder da Jetzt bin ich wieder weg Willst du mich verwirren oder was Ich zeig's dir wie du fertig bist Im Kampf It's magic Mach doch mal was da Brauchst aber lange für den Kampf Was ist los Ich habe keinen Trank Ich hätte mir einen Trank kaufen sollen Ein Tranky Trank Oh Gott Okay Besiegt Mist So Jetzt Zeig mir was du drauf hast Tschüss Wo standen der Typ gerade eben gegen den du gekämpft hast Hier vor dem Poster Warum Ja Der ist so nach dem Kampf Auch dahin verschwunden Wo ich bin Dann würde ich doch mal mit dem Poster reden Wie Dann würdest du noch mal mit dem Poster reden Willst du mich jetzt verarschen Rede ich mal mit dem Poster Oh mein Gott Das ist mir gar nicht aufgefallen Ach du Scheiße Und was ist jetzt hier Ich werde nicht runter gehen Nein Was denn Guck mal auf die Zeit Guck mal auf die Zeit It's over It's over Deep over Mein Gott Okay Ja dann Ja dann Bitte Anki Nicht da runter laufen Mensch Du warst alles kaputt Warte Warte Ich muss mich richtig Oh Gott Das ist geil Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen Und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein Und dann sage ich mal Ja Tschüssi Bis zum nächsten Mal Au Ciao